Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich acht der derzeit besten aufblasbaren Whirlpools. Aufgeteilt sind sie in zwei Preisklassen. Erstens, aufblasbare Whirlpools unter 500 Euro und zweitens, aufblasbare Whirlpools über 500 Euro. Nach jeder Kategorie bekommst du von mir eine Vergleichstabelle, auf der du die Eigenschaften und technischen Details vergleichen kannst. Alle vorgestellten Produkte und Angebote verlinke ich dir in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Lass uns mit den Whirlpools unter 500 Euro starten. Nummer 1 ist der Bestway Lazy Spa Miami Airjet. Der Bestway Whirlpool ist das günstigste Modell im Vergleich. Mit seinem Durchmesser von 180 und einer Wassertiefe von 66 cm bietet er ausreichend Platz für zwei bis vier Personen. Der Whirlpool ist aus einer robusten, dreilagigen Konstruktion aus Vinyl und Polyester, die ihn reiß- und dehnungsfest macht. Die zweiteilige isolierende Thermoabdeckung reduziert den Wärmeverlust und schützt das Wasser vor Schmutz von außen. Das Freeze-Shield-System sorgt dafür, dass der Whirlpool das ganze Jahr über nutzbar ist. Die automatische Heizung schaltet sich ab 6 Grad ein und verhindert das Einfrieren des Wassers. Der Whirlpool wird mit einer zweiteiligen isolierenden Thermoabdeckung, einem ChemConnect Chemikaliendosierer für eine automatische Chlordosierung und zwei Filterkartuschen geliefert. Das hochklappbare Bedienfeld am Rand des Pools ermöglicht eine einfache Steuerung der Funktionen. Kunden lieben den Komfort, die Fernbedienung und die hohe Qualität des Whirlpools. Mit dem Bestway Miami Airjet kannst du dir kostengünstig einen eigenen privaten Wellnessbereich im Garten oder auf der Terrasse schaffen. Nummer 2 ist der Intex Pure Spa Bubble Massage. Mit seiner dunkelgrauen Holzoptik ist der Intex Whirlpool nicht nur ein Blickfang, sondern passt sich auch gut in jede Umgebung ein. Er hat einen Durchmesser von 196 cm und bietet Platz für bis zu 4 Personen. Mit 120 Luftdüsen sorgt der Whirlpool für eine erfrischende Massage und Entspannung. Das automatische Heizsystem ermöglicht die Einstellung der perfekten Badetemperatur. Die abnehmbare Steuereinheit macht die Bedienung besonders komfortabel. Ein integriertes Kalkschutzsystem reduziert den Reinigungsaufwand. Dank der dreifach laminierten Vinyl- und FiberTech-Konstruktion ist der Whirlpool sehr widerstandsfähig und langlebig. Zum Lieferumfang gehört eine mehrfarbige LED-Beleuchtung und zwei Kopfstützen. Kunden loben insbesondere die Stützfunktion, die Wärmeleistung und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt hat der Intex Whirlpool schon viele Kunden glücklich gemacht. Nummer 3 ist der Bestway Lazy Spa Paris Airjet. Der Bestway ist ein hochwertiger Whirlpool mit einem Durchmesser von 196 und einer Höhe von 66 cm für 4 bis 6 Personen. Er hat ein robustes dreilagiges DuraPlus-Material mit Eyebeam-Konstruktion, das reißfest und langlebig ist. Der äußere Bezug des Whirlpools ist in einem Altweiß gehalten und der Boden hat eine Kieselmosaik-Optik. Das Hochleistungsheizsystem erwärmt das Wasser auf bis zu 40 Grad, während die Frostwächter-Technologie automatisch bei Temperaturen unter 6 Grad aktiviert wird, um das Wasser vor dem Einfrieren zu schützen. Der Whirlpool hat 140 Airjet-Düsen verbaut, die eine angenehme Sprudelmassage mit warmer Luft erzeugen. Ein Kartuschenfiltersystem sorgt für sauberes und klares Wasser. Das hochklappbare Soft-Touch-Display kann direkt aus dem Wasser bedient werden. Der Whirlpool kann auch einfach mit der mitgelieferten Spa-Pumpe aufgeblasen und entleert werden. Es sind keine Werkzeuge erforderlich und der Whirlpool hat Tragegriffe für einen einfachen Transport. Zum Lieferumfang gehören eine zweiteilige isolierende Thermoabdeckung, ein ChemConnect Chemikalien-Dosierer, zwei Filterkartuschen und ein LED-Licht mit Fernbedienung. Kunden lieben besonders den Komfort, die Qualität und Haltbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt bekommst du hier einen sehr hochwertigen Einsteiger-Whirlpool zum guten Preis. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle mit den Whirlpools unter 500 Euro. Pausiere an der Stelle gerne das Video, wenn du sie in Ruhe vergleichen möchtest. Kommen wir jetzt zu den aufblasbaren Whirlpools über 500 Euro. Nummer 4 ist der Miweber M-Spa Urban Nest. Es ist der günstigste Whirlpool dieser Preisklasse, ist für zwei Personen geeignet und bietet dir die Möglichkeit auf ungestörte Zweisamkeit und Entspannung. Das reißfeste 6-Schicht-Rhinotec-Material sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Das PTC-Schnellheitssystem sorgt dafür, dass ihr den Pool schnell betreten könnt. Er verfügt über ein Sprudelsystem mit 104 Luftdüsen und ein leistungsstarkes UVC-Desinfektionssystem, das Mikroben schnell und effektiv beseitigt. Zusätzlich ist ein Ozongenerator integriert, der Keime und Bakterien an schwer zugänglichen Stellen abtötet. Das Reinigungsverfahren selbst ist sicher und unbedenklich. Der Whirlpool sorgt also größtenteils selbst für eine tadellose Wasserqualität, sodass ihr euch entspannt zurücklehnen könnt. Das Antifrostsystem erwärmt das Wasser automatisch auf 3 Grad, um ein Einfrieren zu verhindern. Der Whirlpool ist nicht nur funktional, sondern auch praktisch gestaltet. Mit dem mitgelieferten Rattan-Abstelltisch hast du immer eine Ablagefläche für Handy, Handtuch oder Getränke zur Hand. Er ist mit dem M1-System ausgestattet, das einen einfachen und mühelosen Aufbau ermöglicht. Ein Knopfdruck genügt und der Whirlpool bläst sich selbstständig auf. Das integrierte Messgerät überwacht den Druck und stoppt die Luftzufuhr automatisch, wenn das ideale Druckniveau erreicht ist. Solltest du einen hochwertigen Whirlpool für entspannte Zweisamkeit suchen, ist dieses Modell sicher einen Blick wert. Nummer 5 ist der M-Spa Aurora, auch von der deutschen Firma Miveber. Der Miveber Aurora ist ein hochwertiger Spa-Pool, der im Gegensatz zu dem gerade vorgestellten Whirlpool Platz für bis zu 6 Erwachsene bietet. Mit einem Durchmesser von 204 cm bietet er ausreichend Platz zum Entspannen und Genießen. Das neueste Modell des Spa-Wirlpools besteht auch aus extra dickem Rhino-Tec 6-Schicht-PVC, das für eine hohe Haltbarkeit und Stabilität sorgt. Er hat insgesamt 138 starke Luftdüsen verbaut, die dir eine angenehme Massage bieten. Über die integrierte All-in-One-LED-Fernbedienung kannst du den Whirlpool steuern. Die PTC-Heiztechnologie sorgt mit einer Leistung von 1500 Watt für eine schnelle Aufheizung des Wassers auf bis zu 40 Grad. Der M1-Selbstaufblasmechanismus macht auch bei diesem Modell das Aufstellen des Pools zum Kinderspiel. Für eine gründliche Reinigung des Wassers sorgen der integrierte Ozongenerator und die UVC-Wasserreinigung. Der Whirlpool ist mit einem LED-Band mit RGB-Farbwechsel ausgestattet, das du je nach Vorliebe einstellen kannst. Die Massagepumpe kann in drei Leistungsstufen eingestellt werden. Nach der Nutzung lässt er sich mit der Abdeckung und den reißfesten Schnallen verschließen, was ihn vor Schmutz von außen schützt und kindersicher macht. Insgesamt konnte dieser Whirlpool seit 2019 schon viele hunderte Kunden glücklich machen. Gerade wenn du einen qualitativ hochwertigen Pool für mehrere Personen suchst, der auch noch kindersicher sein soll, ist dieses Modell interessant. Nummer 6 ist der Intex Pure Spa Octagon Bubble Jet mit Salzwassersystem. Der Intex Whirlpool bietet mit einem Durchmesser von 218 cm und einer Höhe von 71 cm genug Platz für bis zu 6 Personen. Dank seiner hochwertigen Konstruktion aus laminiertem Vinyl und der FiberTech-Technologie ist der Whirlpool sehr strapazier- und widerstandsfähig. Der Whirlpool hat 140 Luftdüsen für eine angenehme Entspannung und 6 verbaute Jetdüsen für gezielte Massagen. Über die Heizautomatik kannst du die gewünschte Badetemperatur einstellen, während das integrierte Kalkschutzsystem die Lebensdauer des Whirlpools erhöht. Das integrierte Salzwassersystem bietet alle Vorteile einer natürlichen Wasseraufbereitung. Gerade im Bereich Funktion, Stützfunktion, Wärmeleistung und Preis-Leistungsverhältnis schneidet er bei Kunden sehr gut ab. Wenn du einen großen, achteckigen Whirlpool suchst, der sich auch mit Salzwasser desinfizieren lässt, kann dieser Intex Whirlpool der richtige für dich sein. Nummer 7 ist der Miweba M-Spa Frame Mono. Dieser runde Whirlpool bietet Platz für bis zu 6 Personen und lässt sich ganz einfach aufblasen. Mit seiner robusten Konstruktion aus extra dickem 6-Schicht Rhinotech PVC und Dropstitch-Technologie ist er auf eine hohe Langlebigkeit ausgelegt. Dabei werden Materialschichten durch viele Polyesterfäden sicher und fest miteinander verbunden. Der Whirlpool hat 138 dynamische Luftdüsen mit drei Intensitätsstufen, die ein 360-Grad-Sprudelsystem erzeugen und für ein Wellness-Feeling sorgen. Auch der Whirlpool ist, wie die anderen Miweba M-Spa-Modelle, mit einem integrierten Ozongenerator und einer Desinfektion mittels UVC-Licht ausgestattet. Du musst den Frame Mono nicht unbedingt abbauen, da durch die Antifrost-Funktion die Wassertemperatur permanent gemessen wird und bei unter einem Grad automatisch erhitzt wird. Die wasserfeste All-in-One-Controlbox ermöglicht es dir, alle Funktionen bequem aus dem Wasser zu steuern. Insgesamt bekommst du hier einen sehr hochwertig verarbeiteten Whirlpool, der dir viele entspannte Tage im Sommer, aber auch im Winter bringen kann. Nummer 8 und der letzte Whirlpool im Vergleich ist der Bestway Lazy Spa San Francisco Hydrojet Pro. Die Neuheit von Bestway ist ein luxuriöser Whirlpool mit WLAN-Funktion, der mit seinen 230 cm Durchmesser ausreichend Platz für bis zu 6 Personen bietet. Der Whirlpool ist aus strapazierfähigem, dreilagigem DuraPlus-Material gefertigt, das für eine lange Lebensdauer sorgt. Die verstärkte, neu entwickelte Doppelinnenträger-Konstruktion sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit beim Benutzen des Whirlpools. Mit seinem samtgrau Außen und blauer Marmor-Optik Innen hat er ein ansprechendes und modernes Design. Der Whirlpool bietet ein hochleistungsfähiges Heizsystem mit einer maximalen Temperatur von 40 Grad. Dank der Frostwächter-Technologie beginnt der Whirlpool automatisch zu heizen, wenn die Temperatur unter 6 Grad fällt. Dadurch ist er auch winterfest und muss nicht unbedingt am Ende des Sommers abgebaut werden. Die Massagefunktion kombiniert 180 Airjet-Düsen mit 10 Hydrojet-Düsen. Du kannst zwischen zwei Massagestärken wählen und die Massagefunktion nach deinen persönlichen Vorlieben anpassen. Der Whirlpool kann über ein hochklappbares Display und auch über eine App gesteuert werden. Dadurch kannst du alle Funktionen auch über dein Smartphone bedienen und den Whirlpool schon vor der Badesession aus der Entfernung starten und vorheizen. Das Erdungserkennungssystem und der Fehlerstromschutzschalter bieten dir eine zusätzliche Sicherheit während der Nutzung. Eine Tastensperre am Display und kindersichere Clipverschlüsse an der Whirlpool-Abdeckung bieten zusätzlichen Schutz. Die Luftbefüllung und Absaugung erfolgt auch bei diesem Modell einfach über die Spa-Pumpe und es werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Der Whirlpool ist mit Tragegriffen ausgestattet und verfügt über ein integriertes Ablassrohr mit Adapter für eine einfache Entleerung. Zum Whirlpool werden eine zweiteilige isolierende Thermoabdeckung, ein ChemConnect Chemikaliendosierer für eine automatische Chlordosierung, eine Filterkartusche und fünf Nackenkissen mitgeliefert. Insgesamt bekommst du hier einen sehr großen und modernen Luxus-Whirlpool mit smarten Funktionen. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle mit den Whirlpools über 500 Euro. Orientiere dich an der Anzahl der Personen, für die der Whirlpool sein soll und entscheide dich dann nach Vorlieben und Features. Wenn du teilweise stark reduzierte B-Ware suchst, schau dir die drei verlinkten Modelle von Miweber in der Videobeschreibung an. Diese haben oft nur optische Mängel oder leichte Beschädigungen, die die Funktion aber nicht beeinflussen. So kannst du auch bei hochwertigen Modellen nochmal einiges sparen. Ansonsten verlinke ich dir auch die besten Angebote zur Neuware. Pausiere auch hier gerne ein letztes Mal das Video, wenn du die Modelle in Ruhe vergleichen möchtest. Wenn ich dir eine Produktübersicht bieten konnte, freue ich mich über ein Feedback von dir. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Sommer mit deinem neuen aufblasbaren Whirlpool. Wenn du willst, hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.